Baby, du siehst gut aus, ich will dich tassen mit. Baby, du siehst gut aus, ich will dich tassen mit. Ja, hi, ich bin Daniel. Ich singe und spiele Gitarre bei Bakushan. Hi, ich bin der Kalle und ich spiele Bugs. Hi, ich bin Robert und ich spiele Gitarre. Hallo, ich bin Jan und spiele Schlagzeug bei Bakushan. Wir sind jetzt im Moment gerade in Berlin, aber ursprünglich kommen wir ja aus Mannheim, haben uns dort im Studium kennengelernt. Und deshalb, teilweise wohnen unsere Familien noch in Mannheim. Deshalb verbindet uns nach wie vor viel mit Mannheim. Wir haben dort eine relativ große Fanbase und freuen uns quasi jedes Mal heimzukommen, wenn wir dann endlich mal wieder irgendwo spielen in der Nähe. Und als es dann darum ging, zu Baby, du siehst gut aus, auch ein Video zu drehen, war halt nicht wirklich ein Budget da. Und dann haben wir einfach kurzerhand beschlossen, das machen wir einfach selbst. Und ja, dass es das gute Teil so weit bringt irgendwann, hätte ich damals auch noch nicht gedacht. Ja, vor der Echo-Verleihung ist natürlich schon eine große Aufregung. Jetzt hält sich das noch so ein bisschen in Grenzen, aber direkt vor der Verleihung. Und die Nacht davor wird wahrscheinlich mit wenig Schlaf sein, weil das ja eine Sache ist, die man nicht alle Tage erlebt, dass man da mit dem eigenen Video, das selbst gedreht wurde, nominiert ist und unter Umständen ein Preis einheimst. Aber wir werden sehen. Die Konkurrenz ist natürlich mit unheilig Materia, Rammstein und Monroes riesig. Und mal schauen, was wir dann da so reißen können. Aber naja, wir wollen mal das Beste hoffen. Und ja, keine Ahnung, mit einem eigenen Video ist es ja auch sehr schön, gegen die großen Budgets irgendwie da dabei zu sein überhaupt. Und man wird sehen. Vielleicht haben wir ja so die kleine Überraschungschance, dass wir vielleicht doch gewinnen. Ja, abschließend bleibt nur noch zu sagen, drückt uns die Daumen bei der Echo-Verleihung. Wir sind sehr gespannt. Ihr könnt euch das ja auch anschauen im Fernsehen dann. Und ja, wir sind auch bald wieder in Mannheim, nämlich am 3.6. im Nationaltheater. Dann könnt ihr auch vorbeischauen. Bis dann.